Seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal um ein besonderes Leckerchen hier auf dem Kanal, nämlich eine professionelle Thermokamera, eine Infrarotkamera, die Unity UTI 120B. Und was es genau damit auf sich hat, erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, ich denke mal, das Thema wird für viele hier auf dem Kanal interessant sein. Viele haben sicherlich darüber schon mal nachgedacht, sich eine Wärmebildkamera vielleicht zuzulegen. Die waren aber in der Regel dann vielleicht zu teuer. Ich weiß, es gibt ja von Bosch eine sehr, sehr hochauflösende Kamera. Ich weiß gar nicht, wo die liegt. Die liegt so bei 500-600 Euro, schätze ich jetzt einfach mal. Verbessert mich in den Kommentaren, wenn ich da falsch liegen sollte. Aber ungefähr so habe ich das in Erinnerung. Hier haben wir ein Modell, was ähnliche Sachen kann. Nicht ganz so viel, sage ich euch gleich, aber für die meisten Leute wird das sicherlich ausreichen. Wie ihr auf dem Karton seht, gibt es hier auch noch andere Modelle. Ich habe mich jetzt hier für das mittlere Modell entschieden. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Videobeschreibung. Kosten tut das Ganze etwa 200 Euro. Wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, kann es nochmal deutlich günstiger werden. Dann findet ihr den Code auch unten in der Videobeschreibung. Die Kamera kann auflösen von minus 10 Grad bis plus 400 Grad Celsius. Und zeigt das dann abgestuft hier auf dem Display an. Wer sich schon mal mit dem Thema Thermalkameras beschäftigt hat, der weiß das sicherlich. Das Bild wird dann so überlagert mit einer Infrarotansicht. Und da, wo die heißesten Punkte sind zum Beispiel, da glüht es dann so auf wie hier. Und hier an der Seite haben wir nochmal eine Einstufung, wie heiß es dann am heißesten Punkt ist. Wir haben eine Max-Min-Temperatur, sodass er anzeigen kann die Minimalstemperatur, dass dann da der Cursor draufsteht. Und wir haben eine Max-Temperaturstellung, sodass er dann immer anzeigt mit dem Cursor, wo das Maximum im Bild gerade zu finden ist. Wir haben einen 2,8 Zoll TFT-Bildschirm, welcher eine Infrarotauflösung von 120x90 Pixeln generieren kann. Das ist in der Regel ausreichend. Wenn ihr jetzt wirklich was Hochauflösendes haben wollt, müsst ihr einfach mehr Geld in die Hand nehmen. So für 200 Euro ist das so ziemlich das Maximum, was man kriegen kann. Wir haben eine Fotofunktion. Diese Fotos werden auf einer SD-Karte, die ihr reinstecken könnt, dann abgespeichert. Eine 16 GB SD-Karte ist gleich mit dabei, also braucht ihr die auch nicht noch extra kaufen. Die Bilder generell werden in Echtzeit übertragen. Ihr könnt die auch an einen Computer zum Beispiel anschließen oder Laptop und könnt das Ganze dann als PC-Kamera konfigurieren, sodass ihr diese Live-Bilder auch direkt im PC weiterverarbeiten könnt oder ein Video aufnehmen könnt davon. Das Ganze wird dann über Normal-USB gekoppelt. Wir haben ein 1,25 Zoll Stativgewinne noch an dem Gerät gleich mit dran, sodass ihr das auch auf einem Stativ nutzen könnt. Und das Gerät ist IP65 geschützt und auf 2 Meter tatsächlich sturzsicher. Ich würde sagen, wir packen es mal aus, gucken wir es uns mal etwas genauer an. Die Kamera löst übrigens mit einer Temperaturgenauigkeit von 0,1 Grad aus und hat dann eine Präzision von plus minus 2 Grad Celsius. So steht es geschrieben. Gucken wir mal rein. Die Verpackung ist ja jetzt auch schon Programm. Das sieht schon mal recht vielversprechend aus. Wir haben hier Bedienungsanleitungen gleich mit dabei. Die ist leider nur auf Englisch oder Chinesisch. Wer sich im Chinesischen auskennt, der kann da vielleicht auch durch, selbst wenn man ansonsten im Englischen würdet ihr damit sicherlich auch zurecht kommen. Ansonsten erkläre ich euch die Kamera jetzt ja sowieso, sodass ihr dann dieses Video vielleicht auch als Funktionsvideo nutzen könnt. Ein USB-Kabel, ein recht langes USB-Kabel ist gleich mit dabei. Das Ganze ist USB-C, wie ihr seht. Diese Seite ist schon als USB-C. USB-C ausgestattet. Dann haben wir hier eine Speicherkarte, wie ich gesagt habe, gleich mit dabei. 16 GB passender drauf. Und dann ist natürlich noch die Kamera hier enthalten, die in einem schlicht rot-schwarzen Design daherkommt. Wirkt erstmal, wenn man die jetzt haptisch in die Hand nimmt, recht hochwertig. Sieht auch recht hochwertig aus, muss man wirklich sagen. Die wiegt auch ein bisschen was, also jetzt nicht übermäßig, aber wir können es ja mal auf die Waage legen. Zu der Waage habe ich übrigens hier auch schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Legen wir die mal drauf. Die wiegt 500 Gramm, so ziemlich genau 505 Gramm. Die Speicherkarte muss noch rein, also etwa 500 Gramm, halbes Kilo müsst ihr euch drauf einstellen, dass ihr das dann tragen müsst. Hier vorne ist der Auslöser dran, um Fotos zu schießen. Das heißt, so wie ich hier einmal drauf drücke, wird ein Foto gefertigt und auf der SD-Karte dann abgespeichert. Die SD-Karte wird hier oben eingelegt. Da befindet sich dann auch der USB-Anschluss drunter. Das ist hier so eine Art Gummikappe. Hier vorne ist die Optik mit dran. Das heißt, wir haben hier eine infrarote Diode, die das Ganze dann auflöst und die Kamera, die das dann aufnimmt. Und hier oben dran haben wir noch LEDs, damit ihr die Szenerie dann auch beleuchten könnt. Hier unten ist das Stativgewinde. Hatte ich euch auch schon gesagt, dass die Kamera das hat. Und hier vorne drauf sind dann die Bedienelemente. Übrigens hat die Kamera minus 20 Grad bis plus 400 Grad. Nicht wie ich vorhin gesagt hatte, minus 10 Grad. Aber jetzt sehen wir ja, dass es 20 Grad sind. Schalten wir die Kamera mal ein. Dann fährt die hoch. Dann sieht das so aus. Braucht ein bisschen. Und dann kalibriert die sich auch noch. So, und schon haben wir hier einmal die Thermo-View. Jetzt seht ihr Calibrating. Wenn ich jetzt hier unten einmal drauf drücke, dann seht ihr, wird hier Licht eingeschaltet und ausgeschaltet. Das ist natürlich vielleicht mal ganz hilfreich, gerade wenn ihr im Dunkeln irgendwie unterwegs seid und da irgendwas prüfen möchtet. Schauen wir uns jetzt aber generell mal hier das Image an. An der rechten Seite haben wir die Auflöse-Skala. Ihr seht, die ist von 7,5 bis 9,6 Grad gestaltet. Die ist bis 15,8. Es kommt immer darauf an, was die Kamera dann eben wahrnimmt und passt sich dann dem kältesten und dem wärmsten Punkt an. Und ihr seht, da ist so ein kleines Viereck, was da immer hin und her flitzt. Je nachdem, was wir eingestellt haben, ob wir die niedrigste Temperatur sehen wollen oder die höchste Temperatur, da flitzt dieses Viereck dann hin und zeigt uns dann den Bereich an, der dann am kältesten oder am wärmsten ist. Oben seht ihr nochmal die Maximaltemperatur, die hier erreicht wurde. 12,1 Grad oder 11,4 Grad ist jetzt hier in diesem Rechteck vorhanden. Und je nachdem, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier auf die Steckdose einmal richte, wird das Ganze ein bisschen wärmer oder kälter. Und ihr seht dann immer die aktuelle Temperatur in der Mitte. Da, wo sich dieses Gefahrenkreuz hier befindet, da sind es 11,4 Grad. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen hin und her gehe, wenn die Kalibrierung hier vorbei ist, gehe ich mal ein bisschen hin und her. Dann seht ihr genau, welche Temperatur im Zentrum herrscht und welche Maximaltemperatur hier angegeben ist. Oben seht ihr nochmal Datum und Uhrzeit. Müsst ihr dann einstellen, wenn ihr das irgendwie abspeichern wollt. Und dann oben auch nochmal den Akkustand oben rechts. Der ist also recht voll. Ansonsten ladet ihr das Gerät ganz einfach über den USB-Anschluss. So, mit den Links-Rechts-Tasten können wir das Ganze nochmal verstellen. Ihr seht schon, da ist ein bisschen was warm. Den Schraubendreher hatte ich vor kurzem in der Hand. Der ist also noch warm. Und ihr könnt hier die Auflösung dann noch so ein bisschen herabsetzen und dann auch das Realbild euch anzeigen lassen. Das heißt 0% Überlagerung vom Infrarotbild. Und wir können dann in Viertelschritten, also 25%, 50%, 75% und 100% uns dann das Thermalbild anzeigen lassen. Oder eben zu einem normalen Bild, also ohne thermische Anzeige, dann auch wechseln. Ja, wofür ist das gut, dass das Ganze dann auch abstufbar ist? Es ist manchmal so, dass man einfach irgendwo etwas anzielt und dann sagt, was ist denn das jetzt eigentlich da hinten? Sind das Schraubendreher oder ist das irgendetwas anderes? Und dann zappt man hier so ein bisschen hin und her. Und dann sieht man, ach, das sind ja die Schraubendreher, alles klar. Dann ist der Schraubendreher da hinten noch heiß. Und dafür ist das dann da, dass man das Ganze dann noch abstufen kann. Die blaue Taste ist dafür da, euch die gemachten Bilder dann anzuschauen. Jetzt ist natürlich hier nichts drauf. Jetzt steht hier 0, 0. Ansonsten könnt ihr mit den Pfeiltasten hier auch hin und her zappen, dann zwischen den Bildern hin und her. Und könnt euch die direkt hier auf dem Display anzeigen lassen. Oder ihr könnt sie natürlich auch an den Computer übertragen. An der unteren Seite sehen wir noch einen Zurückpfeil. Da drücken wir dann drauf, wenn wir irgendwie wieder ins Ausgangsmenü kommen wollen. Wenn wir jetzt in die Einstellung reingehen wollen, dann drücken wir einmal die Set-Taste. Und dann sehen wir, haben wir hier die Möglichkeit, einmal zwischen Grad Celsius und Fahrenheit zu unterscheiden. Wir haben es jetzt auf Grad Celsius gelassen. Nehmen wir mal den nächsten Menüpunkt. Da können wir dann wählen, ob wir zum Beispiel dieses Fadenkreuz in der Mitte haben wollen. Ob wir die Maximaltemperaturanzeige haben wollen, die hier oben dann jetzt auch verschwindet. Beziehungsweise wenn ich die dann wieder dazu setze, dann zeigt sie natürlich wieder an. Oder ob wir diesen Kasten haben wollen, diesen Zielkasten. Ihr seht das, dieser kleine grüne Kasten. Wo dann auch die Maximaltemperatur über diesen kleinen springenden Kasten dann auch angezeigt wird. Dann haben wir auf der nächsten Position die Möglichkeit, unsere Farbskala etwas zu verändern. Je nachdem, wie wir das angezeigt haben möchten und in welchen Bereichen wir das angezeigt haben möchten, können wir das Ganze nochmal auswählen. Ich nehme jetzt hier die größtmögliche Skala, die ist dann hier oben drauf. Hier haben wir nochmal High-Low im nächsten Punkt. Das bedeutet dann, ob ihr gewarnt werden wollt, wenn die Temperatur minus 20 Grad unterschreitet oder 400 Grad überschreitet. Dann ertönt nämlich ein Alarmton und das könnt ihr einstellen oder ausstellen. Je nachdem, ob ihr das für eure Arbeit benötigt oder nicht. Und dann haben wir hier generell nochmal die Einstellung. Da können wir nämlich die Spracheinstellung wählen. Hier kann man allerdings nur zwischen Englisch und zwischen Chinesisch, weiß ich nicht, ob das Mandarin ist, dann wählen. Also Englisch ist ja sicherlich den meisten hier entsprechend. Wir können Zeit und Datum hier einstellen. Wir können Emissionswerte hier einstellen. Nämlich das Ganze nochmal so ein bisschen anpassen. Je nachdem, welche Materialien wir damit abscannen können. Gebt das einfach mal bei Google ein. Dann wisst ihr, was damit genau gemeint ist und ob ihr das überhaupt benötigt. Auto Power Off heißt, die Kamera schaltet nach ein paar Minuten. Nicht gebraucht, dann logischerweise aus. Brightness ist die Helligkeit des Displays. High Low Alert, ob wir den überhaupt haben wollen oder nicht. Temperaturbar haben wir uns jetzt gerade eben schon mal angeguckt. Device Info, um welches Gerät es sich hier überhaupt handelt. Wir können einen Werksreset durchführen. Wenn wir uns irgendwie mal verhauen haben mit irgendwelchen Einstellungen, können wir das hier zurücksetzen. Die SD-Karte können wir formatieren. Oder wir können sagen, alle Bilder sollen hier automatisch gespeichert werden. Oder wir gehen in den USB-Modus über. Das zeige ich euch nochmal. Einmal wird das Ganze als Wechseldatenträger erkannt. Oder als USB-Kamera. Je nachdem, wie ihr die Bilder weiterverwenden wollt. Oder ob ihr die Kamera, wie gesagt, als Livecam dann nutzen wollt. Zum Beispiel am Laptop. Könnt ihr das dann hier drüber auch einstellen. So, und um sich das Ganze mal so ein bisschen mehr vorstellen zu können. Ich werde jetzt hier mal meine Hand drauflegen. Ich zeige euch das mal vorher, wie das hier aussieht. Hier ist nichts zu erkennen. Wenn ich jetzt hier meine Hand hinlege, dann seht ihr schon, die wird hier angezeigt. Muss man den richtigen Kamerawinkel hier finden. So sieht das aus. Und wenn ich die Hand jetzt wegnehme, werdet ihr sehen, habe ich hier schon einen Abdruck auf der Werkbank hinterlassen. Der dann nach und nach logischerweise verschwindet. Und ihr könnt dann ablesen. 20,2 Grad ist die wärmste Temperatur im Bild. Und ihr seht schon, dieser kleine, Flitzer hätte ich was gesagt, dieses kleine Quadrat, zeigt uns immer an, wo es am wärmsten ist in dem dazugehörigen Bild. Also alles, was in diesem grünen Viereck da passiert, da wetzt er hin und her. Und zeigt uns dann immer den heißesten Punkt oder den kältesten Punkt an, je nachdem, wie wir die Kamera eingestellt haben. Und ihr seht schon, es wird langsam etwas weniger. Und wenn wir jetzt ins Live-View gehen, das heißt, wir nehmen jetzt hier mal Infrarot raus, dann sehen wir, dass wir hier natürlich überhaupt nichts sehen. Ja, wofür taugt diese Kamera jetzt hauptsächlich? Ihr könnt die Kamera zum einen nutzen, um irgendwelche Kältebrücken vielleicht zu erkennen. Wenn ihr irgendwo undichte Fensterdichtung oder Türdichtung habt, dann seht ihr das im Temperaturunterschied. Macht am meisten Sinn, wenn ihr wirklich den Raum schön geheizt habt und dann draußen es richtig kalt ist. Wenn dann irgendwas durch die Türdichtung durchkommt, dann sieht man den Temperaturunterschied natürlich dann am besten. Ihr werdet das gleich auch mal sehen. Ich werde euch gleich noch ein paar Bilder einblenden, die ich gemacht habe. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt Geräte damit abscannen, Steckdosen, Leitungsschutzschalter. Wenn die nämlich schon warm sind, dann kann es dazu ein Problem führen teilweise. Und das kann man vielleicht mit diesem Thermalgerät dann detektieren und sehen und dann vielleicht auch beheben. Ihr könnt damit Heizungsrohre in den Wänden etwas verfolgen, wenn die nicht allzu tief sind, sage ich mal. Ich habe jetzt hier irgendwie Heizungsrohre, da ist der Estrich drüber, weiß gar nicht. Dann ist noch Laminat drüber, also 10 cm sind da bestimmt drüber. Die kann man problemlos damit detektieren, wo die lang laufen. Und das ist natürlich auch eine Hilfe, gerade wenn ihr irgendwie mal einen Deckendurchbruch machen wollt oder generell irgendwo bohren wollt, ob da irgendwas lang fließt. So könnt ihr euch vielleicht auch behelfen, dann irgendeine Stromleitung zu finden. Ihr müsst ihn natürlich dann ein bisschen auf Temperatur bringen, also vielleicht irgendwie einen Haartrockner anschließen, die Leitung dann damit belasten, 1-2 Minuten und dann könnt ihr das sicherlich damit auch detektieren. Ja, das sind schon die Hauptaufgaben, die ihr damit machen könnt. Und wer dafür Verwendung hat, für den ist das gleich das richtige Modell. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Kamera hier denkt. Die gibt es natürlich auch noch hochauflösender. Das heißt, wer da mehr haben möchte, es gibt verschiedene Modelle dafür. Ich werde euch das unten in der Videobeschreibung mal alles verlinken. Ich werde euch auch ein Video zu der Bosch Kamera verlinken. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Findet ihr dann auch unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Kamera denkt. Vielleicht hat der eine oder andere diese Kamera ja vielleicht auch schon zu Hause und kann davon berichten, ob die ihm behilflich sein konnte und vor allen Dingen, was er damit gemacht hat, was er damit detektieren wollte. Denn das ist natürlich auch eine Idee für die gesamte Community. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es mal Fragen geklärt hat oder euch auf eine Idee gebracht hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin, jetzt nicht abschalten, jetzt kommen noch ein paar Bilder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.